Hallo meine Lieben, heute gibt es ein kleines persönliches Video für euch und zwar hat mich ein Paket erreicht. Hier ist das gute Stück und zwar ist es von der lieben Jessie und ich habe die Erlaubnis, ja es vor der Kamera öffnen zu dürfen. Zusammen mit euch möchte ich euch zeigen, was die liebe Jessie mir eingepackt hat. Ich habe schon ein bisschen reingespritzt, sie hat alles einzeln verpackt und es ist für mich ein ganz ganz besonderes Paket, denn die liebe Jessie hat bis vor kurzem noch in Korea gelebt. Sie zieht im Moment um mit ihrer Familie nach Texas. Oh mein Gott, von Korea nach Texas. Also sie wird quasi durch die Zeitverschiebung den Tag nochmal erleben. Unglaublicherweise, die haben einen Wahnsinnsstress und dann denkt sie auch noch daran, uns was vorzubereiten, uns Pakete zu schicken. Denn auch die liebe Steffi wird heute ein Video zum Paket von der lieben Jessie hochladen. Das Video könnt ihr euch sehr sehr gerne auch mal anschauen. Das werde ich dann auch tun, weil ich natürlich auch wissen möchte, was die Steffi darin enthalten hatte. Den Link setze ich euch sehr gerne mal unten in die Infobox, ist ja klar. Und ja, die liebe Jessie, die kenne ich schon eine ganze ganze Weile. Sie ist selbst YouTuberin und sie macht einfach zauberhafte Videos. Also sie macht sie wirklich so von Herzen. Die sind irgendwie total anders. Also sie macht sehr sehr viel Voice-Over, sie hat eine ganz ganz zarte und liebevolle Stimme. Sie verwendet wundervolle Musik und sie zeigt eben, ja, den Alltag und so weiter. Sie haben eine kleine Tochter bekommen, die Lili. Und sie nennt sich und ihre Tochter immer liebevoll die Schleifchen, weil sie eben immer so Tücher trägt, in denen dann oben ein Schleifchen ist oder auf denen das Schleifchen ist. Und liebe Jessie ist einfach eine ganz ganz zauberhafte Person. Sie hat immer ein Lächeln. Also ich habe die Jessie noch nie ernst gesehen. Jedes Mal, wenn ich ihre Videos schaue, ja, schöpfe ich unheimlich viel Kraft. Und ich habe eine Freundin, die nicht so auf Familienvideos sozusagen steht. Und da habe ich die Jessie empfohlen. Und sie meinte doch so, nee, ich habe doch genug Stress im Alltag. Und ich habe ja selbst Kinder und dann möchte ich mir nicht noch solche Videos anschauen. Und dann hat sie sich aber doch die Jessie angeschaut. Und oh mein Gott, auch sie ist total verliebt. Also falls ihr noch eine ganz ganz liebevolle, zauberhafte, wunderschöne YouTuberin sucht, dann schaut auf jeden Fall mal bei der lieben Jessie vorbei. Ich setze euch den Link auch natürlich unten in die Infobox. Sie freut sich sicher über euren Besuch und über ein Abo, falls euch die Videos gefallen. Lasst ihr auf jeden Fall liebe Grüße da. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt, wie gesagt, zusammen das Paket. Es kommt aus Korea. Ja, ihr wisst ja, dass die einen ganz besonderen Augenmerk auf Kosmetikprodukte haben. Und ich sehe schon, oh mein Gott, die Jessie hat alles einzeln verpackt. Obwohl sie so einen Stress hat, ne, macht sie das? Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich greife jetzt rein. Und zwar, oh Gott, sie hat sich ja so eine Mühe gegeben. Jessie, du spinnst ja. Also hier steht, beim Schlafen von Bananenträumen nichts leichter als das. Solche Pflegenachtcremes nennt man hier Sleeping Pack. Marke Tony Morley. Okay, kenne ich natürlich nicht die Marke. Oh Gott, ich bin aufgeregt, liebe Jessie. Ich freue mich so über dein Paket. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe dich so in mein Herz beschlossen. Also es ist echt unglaublich. Ich liebe deine Videos. Und oh mein Gott. Jetzt habe ich hier was in der Hand, was du vor kurzem in der Hand gehabt hast. Das ist echt was. Was ist denn das? Oh mein Gott, was ist das? Banana Sleeping Pack. Was bitte ist das? Eine Banane. Oh mein Gott, ich bin fix und fertig. Moment. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag. Ich sehe es jetzt einfach als Geburtstagsgeschenk. Boah. Boah, das riecht total nach Banane. Boah, das ist ja der Hammer. Magic Food Banana Sleeping Pack. Okay. Mensch, Jessie, was muss ich damit machen? Okay, ich, ja, trage mir das dann auf mein Gesicht auf. Schaut mal, das ist eine Banane. Eine Verpackung als Banane. Okay. Dankeschön. So, jetzt machen wir weiter. Hier steht, Hello Kitty ist zwar aus Japan, aber auch super beliebt in Korea. Kitty hat Superkräfte. Krafte. Sie heilt alle Wunden. Okay. Vielleicht sind da Pflaster drin. Ich weiß es nicht. Also sie hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Schaut mal, sie hat da sogar noch was hingemalt. Und ja, also sie ist halt einfach zauberhaft. Also die Jessie ist echt unbezahlbar, ihre Videos. So. Was ist da drinnen? Ah, Hello Kitty. Also es sieht tatsächlich aus wie Pflaster. Ja, es sind Pflaster. Das ist ja witzig. Also die kann ich jetzt nicht für meine Kinder verwenden, liebe Jessie. Weil ich habe ja Jungs, das weißt du ja. Aber ich mache mir die drauf. Also da schäme ich mich auch nicht. Finde ich total witzig. Ich freue mich voll. Das ist echt wie an meinem Geburtstag. Und hier steht jetzt von Schneckenreis und Ziegenmilch Maske auf koreanisch. Marke Etieu, Hose and Tony Moly. Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Echt. Ich bin so aufgeregt. Und wisst ihr, was total witzig ist? Ich habe ein Outfit-Video hochgeladen, schon vor einer Weile. Und da habe ich die Jessie noch nicht so gut gekannt. Und die Jessie schreibt mich privat an und schreibt, Du Heidi, übrigens, bei deinem Outfit-Video, die Location, die kenne ich. Da haben wir geheiratet. Und ich dachte mir noch so, what? Ja, die Welt ist ein Dorf. Da hat sie echt da geheiratet. Das ist doch der Wahnsinn. Ganz von mir in der Nähe. Und jetzt lebt sie bald in Texas. Okay, was ist das? Ja, die Sprache kann ich jetzt leider nicht entziffern. Oh mein Gott, das muss ich mir dann alles mal durchlesen. Ah, das sind so Masken. Oh mein Gott, und hier sind Schnecken drauf. Und Reis ist das da hier? Und hier Ziege. Ah, okay, deswegen hat sie das natürlich geschrieben. Naturally. Schneckenmasken weiß ich jetzt nicht, ob ich mir ins Gesicht mache. Doch, ich mache es. Ich mache es. Dann hier steht, was haben Tomaten mit weißer Hautfarbe zu tun? Koreaner lieben ihre Haut weiß. Weiße am weißesten. Also ganz das Gegenteil von uns Deutschen. Ja, das stimmt. Weißungscreme mit Tomatenextrakt. Marke Skinflut. Brauchst du aber nicht probieren, wenn du dein Gesicht eher gebräunt magst. Ja, ich mag mein Gesicht eher gebräunt. Ich gebe es zu, für uns Europäer ist es natürlich ein Zeichen, dass man gesund ist, wenn die Haut eben schön gebräunt ist und für, ja, die Koreaner eben nicht. Aber ich bin echt total gespannt. Ich lese mir das auf jeden Fall mal durch. So sieht das aus. Ey, das Zeug war halt echt in Korea irgendwo in einem Markt gelegen und jetzt habe ich es in der Hand. Unglaublich. Über was ich mich freuen kann. Hast du schon von BB Cream gehört? Weil hier in Korea, wo man kleine Rötungen oder gar Leberflecken im Gesicht schlimm findet, ist das der totale Renner. Die Creme deckt ab, hat SPF und wirkt auf mich fast pudrig. Aber ich bin ja keine Beauty Queen. Deshalb probiert du sie mal. Und dann ein Smiley. Oh, wie süß. Soll das Lichtschutzfaktor heißen? Oh, weiß ich jetzt nicht. Oh Mann, Jessie, du bist so eine süße Maus. Hey, Wahnsinn. Also jetzt gucken wir mal. Also die hat sich ja so eine Mühe gegeben, ne? Mensch, die ist gerade im Umzug spritzt. Sie hat ein kleines Kind und packt da alles noch extra ein. Okay, also eine BB Cream. Genau, mit Lichtschutzfaktor 30. Genau. Wow. Wow. Super. Ich bin total begeistert. Es geht noch weiter. Ich habe noch mehr. Also, hier steht jetzt drauf. Und wie gesagt, total liebevoll alles eingepackt. Ja, in Korea gibt es auch Masken für Nägel. Sie hydriert und soll dunkle Nägel wieder hell und glänzend machen. Nägel, die beansprucht sind vom vielen Lackieren. Anleitung ist auf der Rückseite der Verpackung. Marke Etude House. Okay, die Maske für die Nägel. Da bin ich ja mal gespannt. Komm mal. Ah, guck mal, wie das aussieht. Ah, das ist ja witzig. Das ist echt eine Maske für die Fingernägel. Schaut mal. Help my finger. Ist ja schön gemacht. Auch nur die Verpackung. Also, das werde ich auf jeden Fall verwenden. Ach, und da hat sie mir noch Feinchen dran gemacht, damit ich dann nachlesen kann, wie es funktioniert. Also, Jessie, du denkst wirklich an alles. Unglaublich. So, genau, das sind die Teile. Jetzt habe ich noch ein Teil. Und hier steht, Koreaner mögen Lippenstift genauso sehr wie wir. Ah ja, das ist ja schon mal gut. Ich hoffe, dir gefällt Rot. Marke Tony Morley. Mhm. Okay. Ja, klar mag ich Rot. Hallo. Klar mag ich Rot. Mensch. Oh, ich bin aufgeregt. Hier sieht Jessie. Der Wahnsinn. So, da scheint jetzt ein Lippenstift drin zu sein. Yay, da ist das gute Stück. Kiss Lover. Tony Morley Style. So sieht es aus. Und jetzt schauen wir mal die Farbe an. Pure Red. Oh, ich bin aufgeregt. Das ist echt der Wahnsinn, ne? So sieht er jetzt aus. Also, die Verpackung ist schon mal total schön. Okay, cool. Schaut mal. Mh, der riecht sogar total gut. Ah, der ist ja cremig. Der Farbton gefällt mir auch super gut. Passt gut zu mir. Ich mag ja keine matten Lippenstifte. Das wisst ihr ja. Und deshalb wird dieser Lippenstift auf jeden Fall Verwendung hier bei mir finden. Herzlichen Dank auch dafür. Ja, meine Lieben. Ich hoffe natürlich, dass auch ihr mal bei der lieben Jessie vorbeischaut. Und ihr werdet mit Sicherheit genauso verzaubert sein wie ich. Von ihren Videos, von ihrer liebenvollen Art, von ihrer ganz, ganz zuckersüßen Familie. Liebe Jessie an dich, herzlichen Dank für dein tolles Paket, das du an mich gedacht hast. Und mir so eine große Freude gemacht hast mit diesem tollen Produkt. Und ich werde auf jeden Fall alles mal ausprobieren. Ich werde dir schreiben. Und oh mein Gott, eine Schneckenmaske im Gesicht. Ich bin schon total gespannt. Ich werde dir auf jeden Fall, wie gesagt, berichten. Herzlichen Dank für deine Mühe, obwohl ihr so einen Stress habt jetzt mit dem Umzug. Ich wünsche euch auf jeden Fall in Texas alles, alles Gute. Schade, dass wir uns nicht in Berlin zu den Videodays getroffen haben. Ich hätte dich so gerne mal persönlich umarmt und gedrückt und hätte mich von deiner Art anstecken lassen. Schade, schade. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall irgendwann mal klappen wird, dass wir uns sehen mit Sicherheit. Und wenn nicht, dann komme ich nach Texas mit meinen vier Kindern. Nein, das werde ich nicht schaffen, leider. Aber vielleicht bist du ja mal wieder in Deutschland. Und dann drücken wir uns auf jeden Fall persönlich. Herzlichen Dank, wie gesagt, für dein tolles, tolles Paket. Und euch, meine Lieben, wünsche ich jetzt auf jeden Fall auch noch alles, alles Gute. Auch, dass ihr auch ganz tolle Bekanntschaften macht in eurem Leben, so wie ich die liebe Jessie kennengelernt habe. Und jetzt wünsche ich euch noch alles, alles Gute. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.